Es werden immer mehr, sie nutzen meine Güte aus. Ich sieh schwarz, wenn ich nach Hause komm, drum fleh ich, zieh doch bitte aus. Jetzt mal alle im Chor. Ameisen in meiner Küche, wo kommen die denn her? Ameisen in meiner Küche, so viele. Ameisen in meiner Küche, ich glaube, ich werd nicht mehr. Eine Ritzel, mach ich dich, da kommen sie von woanders hin. Ich kann sie kaum noch zählen, es werden immer mehr. Es ändert sich nicht. Ja, und dann hab ich versucht, sie zu vertreiben mit so einem natürlichen Duft, hat aber nicht geholfen. Und dann hab ich was anderes ausprobiert, aber was ich da gemacht hab, das möchte ich gar nicht erzählen. Tut mir heute noch leid. Ja, weil die können ja nicht hören, die kann man ja nur mit Düften irgendwie vertreiben oder mit was. Naja, jedenfalls hab ich's geschafft und dann malen sie weg. Ameisen in meiner Küche, wo kamen die denn her? Ameisen in meiner Küche, zu viele. Ich dachte, ich werd nicht mehr. Eine Ritzel, mach ich dich, da kamen sie von woanders hin. Ich konnt sie kaum noch zählen, es wurden immer mehr. Nun sind sie weg, so sollte es sein. Und ich fühl mich irgendwie allein.